Servus aus dem Oberpolz. Ich bin gerade mit Tupac Kirschwald und der Ex, weil ich jetzt meine Waldameisen exklusiert habe. Und wenn da oben ist, gehe ich noch selber Waldameisen kaltieren. Aber ich habe gerade so eine Wetterwarnung gekriegt, dass Gewitter aufzuhängen. Schaut dramatisch aus, wie es ist auf der GoPro. Aber ich weiß nicht, wie weit ich da im Endeffekt heran komme. Nur, dass es voll anfängt zum Duschen. Im Internet habe ich so ein Video gesehen, der von dem Tornado in Tschecheidau. Vor ein paar Tagen. Also das geistern verschiedene Videos umeinander. Ich habe jetzt so ein Handyvideo gesehen vorhin in der Wohnung. Alter, also richtig krass. Und dann war ja da so ein Tornado. Habe ich auf Facebook gesehen. Da habe ich nicht den auch unten. Hat einer gefilmt, da ist so ein Wasser aufgezeigt. Und so. Also das ist schon krass, die Naturgewalten. Ob die jetzt wirklich so krass sind. Oder im Endeffekt, dass es jetzt bloß so krass ist, weil jeder Handy hat und gleich alles gefilmt. Weiß ich nicht. Jedenfalls war ich selber schon mal in so einem Orkan drin. Und das hat mir gelangt. Da will ich nicht unbedingt unterwegs sein. Also Gewitter und Regen, Hagel, egal. Aber so volle Knäste. Alter Schwede. Das ist glaube ich nichts. Aber jetzt schauen wir mal. Dann sehen wir wir es schon in der Nacht. Nimm dich mal kurz mit. Ich habe schon so einen Plan, weil ich im Endeffekt habe ich nicht mehr tiefer. Ja, jetzt habe ich es angeschaut. Dass es kein Ameisen ist. Wundert mich. Also wundert mich echt, weil das ist eigentlich prädestiniert für ein Waldameisen. So fällt dran. Also da hinten weil ich nicht. Kommt noch. Aber da. Naja. Ich wollte jetzt irgendwas sagen. Jetzt habe ich das aber vergessen. Ich habe das jetzt einfach vergessen, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Ja genau. Darum sage ich jetzt nichts. Und warte mir dann wieder. Entweder der zweite Cut ist quasi das tosende Unwetter. Ja, der Verdammnis. Oder das geht so easy gar nicht weiter, weil ich jetzt auch fahre. Okay. Also in diesem Sinn. Bis gleich. Jo. Ja, aber eine kurze Exkursion. Da haben wir abgebrochen, weil von 0 auf 100 ein Todeswind. Ja. Jetzt geht es halt ab da. Seid, dass ich ein paar Aufnahmen machen kann, weil es ist schon grandioser Gewiede. Aber nicht, wenn es zu Gold ist. Ja, im Gold ist es echt übel. Ja. Auf der Freienfuhr, da passt es schon auch, wenn es jetzt wie eine Gewiede gibt und so. Ja. Gehe rein. Seid ja rein. Falls bloß der Filme naut oder bleibe ich am still, dann kann ich da schön rumfilmen. Ja, das ist dann halt nicht. Ja, es ist quasi bloß, voll ich nicht gewinnt. Ein Stück. Ja, wenn du nicht wärst, ey, du hättest es quasi gefühlt. Auch noch drin oben geworden. Ja. Durchs Seitenfenster. Ja. Ja. Jetzt will ich bloß, dass ich woanders hinkomme. Weil ich nicht weiß, was das jetzt quasi noch mit sich bringt. Ja, kann ja sein, dass... Leute, ja. Das ist übelst Hagel, Leute. Ich bin jetzt quasi da oben, weil ich jetzt hagelt sein muss. Und ja, ist echt cool unter dem Ding. Ja. Ich hab eigentlich gedacht, ich halte noch irgendwo anders, aber das kannst du vergessen. Aber... Du siehst das auch schon. Ich bin eh schon noch so sauf. Quasi völliger, völlig gut. Schau her, du. Lecker. Ja. Ja, jetzt hat es gerade kein Gericht halt, ey. Weil ich kann nicht. Das wäre der Grund, warum da sie anfangen würde. Weil wenn es Hagel ist, ist es scheiße. Ja. Und wie gesagt, musst du halt einfach wegbleiben vor den Beinen. Weil wenn es halt... Ja. Wenn da so ein Baum auf die Tür fällt, hab ich es erstens fest. Und wenn er da rauf gefällt, dann ist es ganz scheiße. Ja. Kannst du. Ja. Ja, ich schau mal jetzt das Spiel nochmal rein. Ich zeig dir noch, wo es da abgeht vielleicht. Ist ja noch was. Ja. Jetzt drückt es quasi die ganzen Dinger. Drückt es da zusammen. Ich brauche eigentlich mal die über die Putze rein. Das ist völlig für den Arsch. Ja. Nein. Nicht gar Arsch, ey. Zackere. Ja, renke. Das ist irgendwie. Ja. Ja. So ist es halt. Am irgendwann. Ja. 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 Aber das ist nur nichts. Also das ist so viele Teile ich habe. Aber wenn das ist ein Tollerhout, weil das alles komplett neu ist, dann ist es schon... Ja. 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 Ja.